In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um eine kleine, aber feine neue Funktion in den Profilen von LinkedIn. Und zwar um eine Funktion, die auch mit Audio zu tun hat, das heißt mit einem Hörkanal. Ja, du hörst richtig, es ist jetzt tatsächlich möglich, sich auf seinem eigenen Profil hören zu lassen, beziehungsweise von sich hören zu lassen. Und ich will gleich mal einspielen, wie sich das bei mir auf dem Profil beispielsweise anhört. Also jetzt kommt die Originalaufnahme, die aktuell in meinem Profil hinterlegt ist. Mein Name ist Joachim Rumor und ich mache dich und deine Mitarbeiter fit auf LinkedIn. Ja, wie man hört, habe ich hier tatsächlich nicht nur meinen eigenen Namen hinterlegt, sondern auch noch einen ganz kleinen Claim und genau das ist auch möglich. Grundsätzlich ist eigentlich diese Funktion dazu da, um die Aussprache des Namens zu klären. Also wenn du auf ein Profil kommst, bei dem du nicht ganz genau weißt, Mensch, wie spricht man diesen Namen aus, dann ist der Profilinhaber in der Lage, die Aussprache seines Namens jetzt zu hinterlegen. Oder eben, du selbst bist auch in der Lage, die Aussprache deines Namens zu hinterlegen und wie du gerade gehört hast, auch einen kleinen Claim dahinter zu packen. Wie funktioniert das Ganze? Du nimmst die Handy-App, also du nimmst dein Handy, entweder Android oder iPhone entsprechend zur Hand, gehst in dein eigenes Profil dann dort und gehst natürlich in die entsprechende Profilbearbeitung. Das heißt, rufst dein Profil auf und dann nutzt du das kleine Stiftsymbol auf Höhe deines Bildes, auf Höhe deines Profilbildes. Und dann siehst du auch schon direkt unter deinem Namen Aussprache des Namens, ihre Audioaufnahme. Und dort kannst du, wenn du in die Funktion reingehst, also auch dort den kleinen Stift anwählst, kannst eine neue Aussprache dann aufnehmen. Und das kannst du durchaus auch so oft machen, bis es dir letztendlich gefällt. Ja und bei der Sichtbarkeit kannst du dann auch einstellen, also für wen soll die Aussprache des Namens dann zugänglich sein. Du kannst hinterlegen, dass das eben nur direkte Kontakte hören dürfen oder eben natürlich alle LinkedIn-Mitglieder. Die Funktion gibt es jetzt schon eine ganze Zeit lang. Sie wurde allerdings Stück für Stück ausgerollt. Ob sie jetzt wirklich schon komplett in ganz Deutschland bei allen Mitgliedern ausgerollt ist, weiß ich nicht. Es kann also durchaus sein, dass wenn du die Handy-App, die LinkedIn-App öffnest, dass die Funktion vielleicht dann doch noch nicht bei dir ist. Dann musst du einfach Geduld haben und das in zwei, drei, vier Wochen immer mal wieder probieren, bis du diese Funktionalität hast. Und um zu sehen, wie das sich bei anderen gestaltet, ja, ruf einfach mal mein Profil beispielsweise auf. Dann siehst du hinter meinem Namen so ein kleines Lautsprechersymbol. Und wenn du da drauf tippst, dann kommt das, was du gerade hier im Podcast auch gehört hast. Für mich eine ganz spannende Möglichkeit, das eigene Profil noch ein bisschen zu erweitern und direkt, wie gesagt, auch einen kleinen Claim dazu zu packen. Man hat insgesamt zehn Sekunden Zeit. Hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen wenig an. Aber zehn Sekunden können, wenn man sie dann mal so runterzählt, doch relativ lang sein. Also teste einfach mal ein bisschen, was du so in den zehn Sekunden unterbringst. Und ja, sorg natürlich für eine ruhige Umgebung, für eine gute Aufnahmequalität und dann nutzt die Funktion in deinem Profil. Und ja, viel Erfolg dafür, viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Tipp dann wieder. Alles Gute, dein, ihr, euer Joachim Rumor. Auf dieser Seite können Sie auch Ihre Themenwünsche für die nächsten Folgen oder Fragen zu diesem Podcast übermitteln. Tschüss, bis bald und auf Wiederhören.